Der Wagen kommt schon ziemlich aus der Spur, wenn man hier so fliegt und dann aufkommt. Noch eine Minute, sieht nicht so gut aus. Ach genau, Alter. Okay, so lange haben wir, glaube ich, noch nie gebraucht, den einzuholen. Was, der ist auch da hängen geblieben an dem Baum. Wie schlecht. Alter, wie der dauernd hier rausgeschluckt. Alter, wie der dauernd hier rausgeschluckt.